Geht worden war er Schienke Eiger, wie er Fenster auserwählt. Er machte sich auf um gegen Yusai zu kämpfen, aber fand einen von Yusais alten Freunden stattdessen. Geh aus meinem Weg. Es tut mir leid Kumpel, aber du gehst nirgendwo hin. Ich suche nach Yusai. Naja, du hast Grau gefunden und du gehst nirgendwo hin, bis sie uns zivilieren. Du vorhörst mich heraus, hör auf zu trauen, du bist kein Auserwählter. Das Einzige auszählt, dass du ein Fensterer Auserwählter bist und das bedeutet, dass du dafür bezahlen willst, was du getan hast. Dein riesiges Monster und dein komischer dunkler Nebenhalle haben alle Inzesterleid übernommen. Eins, die ich der Weißen genommen, die ich mich kümmerte. Sie sind nur unschuldige Kennel, sie haben dir nichts getan, aber ich denke, das ist was, wie ihr Typen vorgeht. Nur nicht mehr Kumpel, ich werde dich aufhalten. Also entschlossen, bist du dich selbst zu stören, werde ich dir ein Gefallen tun. Schwerst der Kmeier, Pest, Wasch, Mbär, Bumbuku. Ich hab wieder hochgedacht. Ich hab wiederum geschlossen. Ich hab wiederum. Ich hab wiederum. Ich hab wiederum. Ich hab wiederum. Wir haben so eine pacifisch, die ich mich zumachen möchte. Ich hab, wiederum. Ich hab wiederum. Ich hab wiederum oder Mensch mal. Das war's für heute. 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 Natürlich. Das war's für heute. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. 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 Das war's für heute.